Aber ich muss sagen, ich glaube, es hat noch nie jemandem geholfen, wenn sowas dachte wie, äh, du bist scheiße, das ist alles Kacke, was du machst. Da denkt man sich doch nicht, ja, stimmt, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Vielleicht sollte ich komplett damit aufhören mit meinem Kanal. Also es bringt ja irgendwie auch nichts, wenn jemand aber sowas schreibt wie, mhm, ich finde irgendwie deine Videos zu lang oder die Musik ist ein bisschen zu laut oder ich mag deine Art zu vertonen nicht. Dann kann man erstmal sagen, okay, vielen Dank für die Info und dann kann ich mich ja auch entscheiden, will ich damit jetzt was anfangen oder auch nicht, ne? Und dann kann ich mich ja auch nicht, wenn ich mich ja auch nicht,